Acht Planeten ziehen in unserem Sonnensystem ihre Bahn um die Sonne. Oder sind es doch neun? 2015 verkündeten Wissenschaftler des California Institute for Technology die Entdeckung eines neunten bislang unbekannten Planeten. Eine Sensationsmeldung, basierend ausschließlich auf mathematischen Berechnungen. Ein Teleskop hat Planet X nicht ausmachen können. Wissenschaftler der Harvard-Universität wollen das Geheimnis um den neunten Planeten jetzt lösen. Sie stellen in dem Fachblatt Astrophysical Journal Letters die These auf, dass es sich in Wahrheit um ein schwarzes Loch handelt. Mit dem VERA-C-Rubin-Teleskop, das derzeit in Chile gebaut wird, sollen Lichtsignale aufgefangen werden, die von in das schwarze Loch stürzenden Asteroiden ausgesandt werden. 2022 wollen die Forscher mit den Messungen beginnen. Die Wissenschaftler sind sich sicher. Sollte es sich um ein schwarzes Loch handeln, könnten sie es auf diese Weise nachweisen. Sollten sie keine Signale von eingesaugten Asteroiden registrieren, müssten wir weiter mit der Hypothese eines neunten Planeten leben. Bis wir ihn eines Tages mit entsprechender Messtechnik direkt beobachten können. Ein Beispiel von der Erwzeit auf die Welt auf der Denkstelle oder denrückstelle Eierkopf. Sollte es sich um ein Bildern,